Leistung Eine gute Schule motiviert ihre Schülerinnen und Schüler, Herausragendes zu leisten. Besonders in den Kernfächern Mathematik, Sprachen und Naturwissenschaften. Das gilt aber auch für Bereiche wie Kunst und Musik oder für Leistung im Sport. Schulen, die es schaffen, dass aus Interessen und Begabungen Spitzenleistungen werden, kommen in die engere Wahl. Vielfalt Jedes Kind ist einzigartig. Der Schulpreis prämiert Schulen, die Vielfalt als Schatz betrachten und produktiv mit den Unterschieden umgehen. Schulen, an denen es erfolgreich gelingt, Kinder und Jugendliche mit und ohne Handicap gemeinsam zu unterrichten. Und trotzdem individuell zu fördern. Für ein vielfältiges Miteinander, das inspiriert und den Horizont erweitert. Qualität Wir suchen Schulen, die ihren Schülerinnen und Schülern etwas zutrauen und auf ihre Interessen eingehen. Unterrichtsqualität bedeutet aber auch, voneinander zu lernen. Fächerübergreifend, jahrgangsübergreifend und differenziert. Für eine herausragende Schule ist das ein ständiger Prozess. Sie evaluiert ihre Erfolge und ermöglicht Fort- und Weiterbildung für ihre Lehrer. Verantwortung Prämiert werden Schulen, die die Eigeninitiative der Schülerinnen und Schüler unterstützen. Und sie darin bestärken, eigene Projekte umzusetzen, auch außerhalb der Schule. Die Schülerinnen und Schüler übernehmen und teilen die Verantwortung. Genauso wichtig ist es, dass alle respektvoll miteinander umgehen und Konflikte gewaltfrei lösen. Ein gutes Klima ist auch in der Schule ganz wichtig. Eine gute Schule ist ein Ort, an den Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrer gerne gehen. Schule, die nicht nur Lern-, sondern auch Lebensort ist. Der respektvolle Umgang miteinander wird hier gestärkt durch gemeinsame Projekte und Veranstaltungen. Außerschulische Partner sind ins Schulkonzept integriert und bringen frischen Wind ins Klassenzimmer. Man lernt nie aus. Das gilt auch für Schulen. Hier geht es um Schulen, die ihre Lehrkräfte fördern und ihnen auch zuhören. Um professionelles Management und demokratische Entscheidungen. Der Deutsche Schulpreis sucht nach Schulen, die ihren Unterricht stets verbessern wollen und die Schulentwicklung aus Überzeugung vorantreiben. Und zwar schquetig. Untertitelung der Zerst MART